Wegweisende Architektur als Statement? Definitiv. Diese Location macht nicht nur Eindruck, sie schafft Möglichkeiten. Man spürt das. Große Halle. Kleine Halle. Volle Halle. Mit Tageslicht. Ohne Tageslicht. Weltkleidmesse. Corporate Event. Internationaler Kongress. Hier finden Sie all das an einem einzigen Ort. Dieses Gelände steht nie still. Es lebt und atmet. Es funktioniert genauso, wie die Messe- und Kongresswelt heute eben tickt und hat denselben Puls wie das Business. Enorm wichtig. Hier stünden nicht nur die Wege, sondern auch die komplette Logistik dahinter. Zukunftsarchitektur. Zertifiziert nachhaltig. Und selbstverständlich digital. Das ist die Idee, die in diesem Gelände steckt. Offen, flexibel, kraftvoll. Heute ist schon bereit für die Veranstaltungsformate von morgen.